Hallo, Deutsch in sieben Tagen. Intensiv für den Alltag Thema. Weitere Angaben zu Person. Wir sind auf dem Witt Nummer sieben. Frage. Wann sind sie geboren? Wann sind sie geboren? Ich bin 1992 geboren. Ich bin 1992 geboren. Wo sind sie geboren? Ich bin in Syrien geboren. Wo in Syrien? In Aleppo. Ich bin in Syrien, in Aleppo geboren. Wann und wo sind ihre Kinder geboren? Mein Sohn ist 2000 2014 2015 in Aleppo geboren. Mein Sohn ist 2014 in Aleppo geboren. Und ihre Tochter, meine Tochter, ist 2015 ebenfalls. 2015 in Aleppo geboren. Woher kommen sie? Wir kommen aus Syrien. Aus Aleppo. Aus Aleppo. Aus Aleppo. Wo wohnen sie im Moment? Wo wohnen sie im Moment? Im Auffanglager für Flüchtlinge. Flüchtlinge. Wir wohnen sie im Moment? Im Auffanglager für Flüchtlinge. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017